Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Heute ist es endlich soweit, denn der Verkaufsstart des Xiaomi Pad 5 Tablets hier in Deutschland beginnt. Und genau heute für 24 Stunden habt ihr die Chance innerhalb einer Early Bird Aktion auf mi.com.de dieses Tablet mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher zu kaufen. Für 299,90 Euro nur. Jetzt hätte ich fast den Preis vergessen zu erwähnen. Das ist nämlich genau das Geile. Ihr spart satte 100 Euro, wenn ihr das Tablet heute in Cosmic Grey oder Pearl White, hier sehen wir Pearl White, kauft. Und da dachte ich mir, dass ich einfach mal für diejenigen, die noch nicht wissen, ob sie es kaufen sollen oder nicht, mein Testfazit nach gut einer Woche jetzt hier veröffentlichte. Ihr habt wahrscheinlich schon meine vorherigen Videos gesehen oder auch unsere vorherigen Videos zum Pad 5. Und deswegen, ich gehe jetzt hier in diesem Video nicht auf jedes kleine Detail ein. Wenn ihr alle Details hören und sehen möchtet, dann guckt am besten einfach alle Videos, die wir hier schon produziert haben. Jetzt sollte es aber losgehen nach dem sehr kurzen Intro. Für alle, die noch nicht wissen, was mitgeliefert wird, schauen wir uns schnell den Lieferumfang an. Papierkram haben wir hier drin. Und dann haben wir hier noch eine Box mit einem USB-A auf USB-C Lade, beziehungsweise auch Datenkabel natürlich, wenn man es dafür verwenden möchte. Und ein 22,5 Watt Netzteil ist ebenfalls mit dabei. Einen kurzen Überblick zum Thema Verarbeitung, Maße und auch Gewicht gibt es hier natürlich auch noch in diesem Video. Wir haben eine Höhe von 254,69 mm, eine Breite von 166,25 mm, eine Tiefe von nur 6,85 mm. Also dieses Tablet ist schon angenehm dünn, finde ich. Liegt auch wirklich gut in der Hand. Also ist jetzt nicht zu dick und auch nicht zu dünn. Wiegt 511 Gramm. Ist jetzt vielleicht nicht das allerleichteste Tablet, aber passt auf jeden Fall vom Gewicht. Ist jetzt nicht auffällig schwer, aber eben auch nicht auffällig leicht. Wir haben eine hochwertige Kunststoffrückseite. Anfänglich dachte ich noch, das wäre hier eventuell auch Aluminium, aber das ist eine Kunststoffrückseite. Man kann sie, wenn man ganz fest drückt, auch so ein bisschen eindrücken. Diese Pearl White Rückseite nimmt so gut wie keine Fingerabdrücke auf. Also wenn ihr Fingerabdrücke nicht mögt und ihr auch kein Case oder ein Tastaturkabel oder so nutzen möchtet, dann solltet ihr wahrscheinlich lieber zu dieser Farbe greifen, denn bei Cosmic Grey heißt glaube ich die Farbe. Also bei der grauen Farbe sieht das ein bisschen anders aus. Wenn ich da ein bisschen rumtatsche, dann sieht man schon mal den einen oder anderen Fingerabdruck. Wir haben aber einen Aluminiumrahmen. Das sehen wir auch ganz gut an den Antennenbändern. Außerdem ist der Rahmen auch viel kühler als die Rückseite oder die Vorderseite. Damit will ich aber auch direkt zum Entsperren des Tablets kommen und zwar leider Gottes haben wir hier keinen Fingerabdruckscanner. Das geht nur per Gesichtsentsperrung, wenn man denn möchte oder man gibt halt einfach einen Pin ein, wie ich das hier hauptsächlich habe. Die Gesichtsentsperrung ist jetzt auch nichts Besonderes, also jetzt nicht irgendwie super safe oder sowas. Aber wir haben eine Gesichtsentsperrung und wenn wir keinen Fingerabdruckscanner haben, werden wir wahrscheinlich das auch dann ganz gerne nutzen. Kommen wir direkt zum Display und zwar haben wir hier ein 11 Zoll großes LC-Display, 16 zu 10 Seitenverhältnis. Und das Coole ist aber, dass wir natürlich auch Landscape, das Tablet nutzen können. So werden es glaube ich die meisten auch nutzen. Wir haben eine Auflösung von 1600 mal 2560 Pixeln, also WQHD+. Das ist jetzt hier keine Full-HD-Auflösung, sondern 2,5K, um genau zu sein. Und wenn wir hier alles uns von Nahen angucken, sehen wir auch keine Pixel. Die Auflösung ist top. Mit dem Display bin ich auch super zufrieden. Wir haben hier zwar nur eine maximale Helligkeit von 500 Nits, also draußen im Sommer bei extremer Sonneneinstrahlung könnte es vielleicht schwierig sein, das ein oder andere abzulesen. Aber in Innenräumen oder jetzt auch vor allem beim anfänglichen Herbst, gar keine Probleme das Display abzulesen. Insgesamt top Display. Da gibt es nicht viel zu meckern, beziehungsweise fast gar nichts eigentlich. Amodet wäre schön gewesen, aber wir wissen es auch von anderen Herstellern. LC-Displays oder IPS-Panels sind sehr beliebt bei Tablets. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ich finde die bei Tablets wirklich angenehm und auch schön. Auch die Blickwinkel passen hier. Schwarz-Werte sind okay, ist halt ein LC-Display. Farben sind aber auch schön, kann man auch individuell anpassen, wenn man möchte. Wir können hier auch in der Software im Übrigen ebenfalls auch unter Farbschema adaptive Farben auswählen. Also dann werden die Farben an das Umgebungslicht automatisch angepasst. Außerdem, habe ich noch gar nicht erwähnt, haben wir hier eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Es läuft alles schön flüssig, nicht nur wegen der Performance oder wegen des Prozessors. Alle Apps, das ganze System läuft hier alles richtig schön flüssig. Top Display. Und das Coole ist, das Display unterstützt auch Dolby Vision sowie HDR10. Ich habe jetzt einfach mal hier auf YouTube ein HDR10-Video gestartet, damit ihr auch seht, dass das wirklich klappt. Hier wird auch HDR angezeigt und das sieht richtig schön aus. Aber wie sieht es denn eigentlich mit dem Widevine-Level aus? Ich habe die DRM-Info-App natürlich heruntergeladen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wir haben hier Widevine-Level L1 zu stehen. Das heißt, theoretisch könnten wir auf allen Streaming-Portalen oder alle Videos auf allen Streaming-Portalen in HD-Qualität sehen. Aber wir kennen das ja von dem einen oder anderen Gerät, dass das manchmal auch einfach nur eine Theorie bedeutet, dass wir eben auf allen Streaming-Portalen die Videos in HD-Qualität gucken können. Beispielsweise beim Pad 5 Pro in China haben wir Widevine-Level L1, aber die Netflix-Videos gehen nicht in HD-Qualität oder kann man nicht in HD-Qualität sehen. Wenn ihr übrigens mal wissen möchtet, wie das Ganze funktioniert, wie ihr auf Netflix testen könnt, ob ihr auch wirklich in HD-Qualität die Videos sehen könnt, dann gebt am besten in der Suche Test-Patterns ein. So mache ich das immer und wählt das erste Video direkt aus und das guckt ihr euch an. Dann wartet ihr ein bisschen. Am Anfang dauert es gerne mal, wenn es dann erstmal buffert und so, je nach Internetqualität, Internetgeschwindigkeit bei euch zu Hause oder wo auch immer ihr das testet. Und dann guckt ihr einfach, ich drückt mal kurz auf Pause, hier oben rechts hin und da seht ihr jetzt 1920x1080. Das heißt, hier bei der globalen Variante Pad 5, die ihr euch jetzt auch kaufen könnt für 299,90 Euro, könnt ihr auch die Netflix-Videos, Filme, Serien etc. in HD-Qualität schauen. Disney Plus habe ich leider Gottes nicht, aber ich habe von meinen Kollegen gehört, dass das auf jeden Fall auch mit der globalen Version funktioniert. Das einzige, was nicht funktioniert, leider Gottes, ist Amazon Prime Video. Ich zeige es euch einfach mal, ich starte hier irgendein Video und dann seht ihr hier, dass leider Gottes hier nichts von HD steht. Das heißt, auf Amazon oder Amazon hat das Pad 5 noch nicht gewidelistet oder auf die Liste draufgeschrieben. Ich hoffe, das holen sie nochmal irgendwie nach, wäre cool. Aber aktuell könnt ihr die Amazon Prime Video, Amazon Prime Video, Filme und Serien nur in HD-Qualität genießen. Damit das ganze System und alles mögliche ruckelfrei funktioniert, ist nicht nur wichtig, dass ihr eine schöne hohe Bildwiederholrate habt hier mit 120 Hertz, sondern ihr braucht auch einen starken SoC und wir haben hier den Snapdragon 860 verbaut. Das ist ein bisschen aufgebohrter Snapdragon 855. Das war der Flaggschiff-Prozessor aus dem vorletzten Jahr, glaube ich. Damit werdet ihr so gut wie alles auch zocken können, beziehungsweise so gut wie alle Apps nutzen können. Jetzt nicht bei den Games, nicht in höchster Qualität, aber beispielsweise dieses Game, was ich ja auch immer sehr, sehr, sehr gerne spiele, läuft problemlos und auch in schöner Grafik und hier ist nicht ein Ruckler zu sehen. Das könnt ihr problemlos machen oder auch beispielsweise zocke ich ganz gerne hier auch Subway-Surfer. Also für Gelegenheitsspieler, die werden gar keine Probleme haben und selbst die, die gerne auch andere Games zocken. Ich zeige euch gleich mal Genshin Impact. Erst einmal jetzt hier Subway-Surfer noch, läuft auch problemlos, wie ihr sehen könnt. Ich springe ja jetzt gerade hier von App zu App. Das funktioniert ebenfalls auch so gut, weil wir 6 GB Arbeitsspeicher verbaut haben, LPDDR4X im Übrigen. Und der 128 GB interne Speicher ist ein UFS 3.1 interner Speicher. Also was den internen Speicher angeht, der fast eigentlich schnellste, den es aktuell zu kaufen gibt. Und beim RAM gäbe es noch LPDDR5, aber LPDDR4X passt auf jeden Fall auch vor allem für den Preis. Jetzt gerade aktuell nur 300 Euro und dafür ist hier schon Top-Hardware verbaut. Damit ihr mir aber glaubt, dass die Performance passt, schauen wir uns auch mal ein bisschen Genshin Impact an. Dann springen wir hier ein bisschen herum, beziehungsweise gucken wir erst einmal, welche Grafikeinstellung ich hier gewählt habe. Ich bin jetzt aktuell auf hochgegangen, also sogar eigentlich eine relativ anspruchsvolle Auflösung habe ich hier gewählt. Jetzt bin ich aber mal selbst gespannt, weil ich hatte vorher eine Auflösung darunter gewählt und das lief problemlos und ruckelfrei. Ich renne mal hier rum, springen ein bisschen. Okay, hier muss er aktuell auch nicht viel laden, deswegen läuft vielleicht auch alles super. Hier sind nicht viele Menschen unterwegs. Hier ist nur einer, der Timmy. Den könnte ich jetzt ansprechen, wenn ich den wollte. Ich könnte jetzt auch natürlich hier einfach ins Wasser springen und gucken, wie das dann mit dem Schwimmen und so aussieht. Die Grafik von Genshin Impact, die ist wirklich beeindruckend, oder? Aber wenn ihr noch weitere Games habt, die ihr mir empfehlen könnt, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Genshin Impact habe ich jetzt auch schon gefühlt längere Zeit angezockt für die Tests. Das wird mal Zeit für ein weiteres grafikhungriges Spiel, würde ich sagen. Jetzt gehen wir auch mal hier rein, denn da kommen, glaube ich, so ein paar Menschen auf uns zu. So, hier, das funktioniert auch schon mal problemlos. Ist natürlich jetzt nicht die höchste Auflösung. Ich gucke gleich mal rein, was noch möglich ist, aber doch, das könnt ihr hier auf jeden Fall problemlos zocken mit dem 11 Zoll Tablet. Ja, das sieht gut aus und das ist halt wirklich, wie gesagt, eins der stärksten Spiele meiner Meinung nach. Grafikhungrigsten, zumindest war es vor ein paar Monaten noch so. Vielleicht gibt es ja mittlerweile auch schon was Neues. Wir gehen mal kurz nochmal in die Einstellung zurück und auf Grafik und schauen, wir könnten noch auf sehr hoch gehen. Und auch noch die Bildfrequenz auf 60 FPS hoch machen. Ich kenne ja das Game und auch den Snapdragon 860. Dann wird es langsam hakelig, wenn wir das alles aktivieren. Aber ihr habt es gesehen, in der hohen Auflösung könnt ihr noch problemlos mit Spaß und ohne irgendwelche großartigen Ruckler zocken. Damit ihr das auch eine gewisse Zeit lang machen könnt und nicht die ganze Zeit am Strom sein müsst, ist der Akku auch noch wichtig. Wir haben hier einen 8720 mAh Akku verbaut, der sich hier irgendwie darunter befindet. Mit 8 bis 10 Stunden arbeiten bzw. eben nutzen war für mich gar kein Problem. Ich bin mit dem Akku insgesamt auf jeden Fall auch sehr zufrieden gewesen. Es kann natürlich nie genug Akkulaufzeit sein, aber in diesem Preisbereich, da gibt es nichts zu meckern mit 827 mAh. Und wenn ihr auf 120 Hertz seid und dann immer noch so 8, 9 Stunden bei fast voller Helligkeit arbeiten bzw. im Internet surfen könnt und sowas. Ihr kommt, hier seht ihr es im Work 3.0 Battery Live Test übrigens auf 13 Stunden und 14 Minuten. Ihr könnt theoretisch auch, wenn ihr die Helligkeit ein bisschen runter regelt, auch auf die 13 Stunden kommen. Das ist wirklich ein guter Wert für so ein Android Tablet. Ich hatte es ja schon erwähnt, hier im Lieferumfang befindet sich ein 22,5 Watt Netzteil. Aber ich habe das Ganze mal fix mit meinem USB-C Messer nachgemessen und einfach ein 33 Watt Netzteil dafür benutzt. Und da habe ich feststellen können, das hier seht ihr auf dem Foto, ungefähr 27 Watt habe ich hinbekommen beim kurzen Test jedenfalls. Ich bin mir sicher, dass ihr auch auf 33 Watt kommen könnt, aber wir wissen es übrigens auch von den China-Varianten, dass 33 Watt theoretisch möglich ist. Das Coole ist aber, dass Xiaomi hier wenigstens ein Netzteil beigelegt hat, deswegen will ich da gar nicht großartig meckern. Und auch offiziell von Xiaomi heißt es, mit diesem Pad 5 hier, mit unserem Pad 5, können wir nur maximal eine Ladegeschwindigkeit von 22,5 Watt erreichen. Ich habe es mit meinem Testgerät aber hinbekommen, eben wie gesagt mit einem 33 Watt Netzteil auch bis zu 33 Watt aufzuladen. Von daher, ich kann es euch nicht versprechen, weil es offiziell von Xiaomi heißt, es geht nicht. Bei meinem Testgerät ging es aber und deswegen gehe ich fast davon aus, dass es bei euch zu Hause dann auch gehen wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch der Fall ist, ob ihr 22,5 Watt nur maximal schafft oder mit einem 33 Watt Netzteil auch mehr Watt. Je nach Netzteil dauert das dann an die zwei Stunden plus minus, je nach Netzteil, wie gesagt. Schauen wir uns jetzt aber auch noch die Software an. Wir haben hier MIUI 4 Pads oder beziehungsweise 4 Pads drauf. Das ist die MIUI Benutzeroberfläche für Tablets. Minimal anders, wie zum Beispiel, das habe ich schon eingangs erwähnt, dass wir endlich auch den Startbildschirm nicht nur im Hochformat sehen können, sondern auch im Querformat. Und das freut mich riesig, weil ich habe mir das bei den Xiaomi-Smartphones schon ewig gewünscht. Anscheinend geht es. Xiaomi, bitte übernehmt das auch bei den MIUI-Versionen für oder vor Smartphones. Das wäre mega cool. Nicht nur das ist aber hier auch möglich, sondern natürlich auch alles andere, was wir von Xiaomi bzw. von MIUI kennen. Wir haben hier, um genau zu sein, MIUI 12.5.2 drauf vorinstalliert. Ich freue mich schon auf die nächsten Updates. Dann haben wir Android Version 11 als Basis und den Sicherheitsupdate von Juli 2021 aktuell. Es gibt aber auch eine Sache, die ich vermisse gegenüber der MIUI-Version auf dem Smartphone und zwar den Google News Feed. Den würde ich gerne auf dem Tablet auch haben, weil ich lese mir immer gerne die ganzen Nachrichten durch. Gibt es hier nicht. Und in Einstellungen könnten wir theoretisch oben hier in der Suche mal Discover eingeben. Google Discover und es wird einem sogar vorgeschlagen. Man klippt aber rauf und dann sehen wir nichts. Wir können hier die Systemnavigation ändern von Tasten oder Gestensteuerung hin und her wechseln. Und normalerweise steht dann hier auch noch Google Discover, was wir aktivieren könnten. Das wäre dann der Google News Feed. Hier in dem Fall geht es leider Gottes nicht. Ich hoffe, das wird noch per App nachgereicht. Was mir wiederum aber richtig gut gefallen hat, ist, dass hier weniger Bloatware drauf ist als bei den Xiaomi-Smartphones. Und es ist eigentlich so gut wie gar keine Bloatware, außer Netflix war schon vorinstalliert und das war es dann eigentlich auch schon. Und natürlich diese ganzen Google-Apps. Was ihr aber aktivieren könnt, eventuell habt ihr mein Video dazu schon gesehen, ist den PC-Modus bzw. PC-Launcher, den ihr als APK, das ist auch eine offizielle APK von Xiaomi, herunterladen könnt, installieren könnt. Das wird auch bestimmt offiziell bald aufs Pad 5 kommen per Update oder sowas. Und dann könnt ihr eben auch nochmal hier in so einem PC-Modus, im Desktop-Modus das ganze System nutzen und auch mehrere Apps nebeneinander laufen lassen und das Ganze hier hin und her schieben. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt gerne mein anderes Video. Das ist lang genug, wenn ich das alles hier nochmal erzählen würde, würde dieses Video hier gesprengt werden. Aber hier ist der wunderschöne Stift im Übrigen, der Xiaomi Smart Pen. Den kann man halt hier dann auch super nutzen, müsste ich aber erstmal nochmal per Bluetooth verbinden, weil ich habe Bluetooth hier gerade deaktiviert. Zum Zubehör kommen wir gleich, denn der Stift liegt nicht im Lieferumfang bei. Müsst ihr extra kaufen, wie teuer der ist, dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich nämlich zu solchen Randthemen noch zum Schluss kommen, wie Kameras, Lautsprecher und Konnektivität. Beginnen wir mit den Kameras, würde ich sagen. Wir haben vorne eine 8 Megapixel Kamera verbaut, in diesem gar nicht so dicken Rahmen, aber auch nicht mega dünnen Rahmen. Geht aber noch völlig in Ordnung in dieser Preisklasse, wie ich persönlich finde. Auf der Rückseite haben wir eine Kamera, eine 13 Megapixel Hauptkamera, mit der wir übrigens aber auch 4K 30fps Videos aufnehmen können, wenn wir denn möchten, mit einem Tablet Videos aufnehmen möchten. Und mit der Selfie Kamera können wir Videotelefonie beispielsweise machen und Videos eben aufnehmen in maximal Full HD, 30fps Qualität. Ich zeige euch jetzt hier mal ein, zwei Fotos, mehr auch nicht, weil ich glaube, viele werden mit einem Tablet eh keine Fotos machen wollen, sondern maximal eben die Frontkamera benutzen für Videotelefonie. Das ist auch problemlos möglich, aber ihr könnt auch Dokumente damit einscannen oder fotografieren, irgendwelche Schnappschüsse schnell mal machen, das ist gar kein Problem. Die 13 Megapixel Kamera ist dafür okay, aber mehr eben auch nicht. Damit solltet ihr jetzt nicht anfangen, im Urlaub eure Urlaubsfotos zu knipsen. Als nächstes zum Thema Lautsprecher. Okay, ich gebe zu, es ist kein wirkliches Randthema. Lautsprecher sind wichtig, vor allem beim Tablet. Deswegen hören wir mal ganz kurz rein und dann sage ich euch meine Meinung. Und dass Lautsprecher kein Randthema sind, hat sich auch Xiaomi gedacht, hat hier einfach mal wirklich gute vier Lautsprecher insgesamt verbaut, oben zwei, unten zwei. Auch hier in dieser Disziplin gibt es nichts zu meckern. Da wir ja hier den Snapdragon 860 verbaut haben und nicht beispielsweise den 870, sind wir, was Konnektivität angeht, mit dem Pad 5 jetzt nicht zu 100% up to date. Wir haben hier Wi-Fi 5, was vollkommen ausreicht, den meisten wahrscheinlich noch, und ein Bluetooth 5.0 Modul. Zu guter Letzt möchte ich aber auch noch zum Zubehör kommen. Und zwar könnt ihr euch den Xiaomi Smart Pen gönnen. Den gibt es auch hier in Deutschland zu kaufen für anfänglich UVP-Preis 99 Euro. Dazu muss ich aber auch kurz Bluetooth aktivieren, damit ich euch den mal zeigen kann. An sich ein geiles Zubehör, ist aber kein Muss. Ihr braucht den Pen nicht. Ich selbst habe ihn aber jetzt so ein bisschen, wie sagt man, lieben gelernt. Zum einen hängt er richtig schön fest magnetisch oben an dem Tablet dran. Darüber wird er übrigens auch kabellos geladen. Und dann könnt ihr aber zeichnen, schreiben, malen, alles richtig schön, fast in Echtzeit gefühlt, mit diesem Stift hier direkt auf dem Tablet. Und wenn ihr mehr Informationen dazu aber haben wollt, dann schaut am besten mein Video dazu. Da habe ich auch schon ein Video gemacht, was ihr mit diesem Smart Pen alles so anrichten könnt. Beispielsweise könnt ihr auch dann einfach mal auf die Schnelle beim Sperrbildschirm direkt eine Notiz schreiben und müsst nicht dann erst das Gerät starten, sondern einfach zack, rauf tippen. Und dann könnt ihr hier schnell irgendeinen Termin aufschreiben und das Ganze abspeichern. Und das geht halt eben auch beim Sperrbildschirm. Für den Early-Bird-Preis von 299,90 Euro kann ich euch auf jeden Fall dieses Android-Tablet oder das neue Android-Tablet von Xiaomi empfehlen. Selbst für 399 Euro finde ich das wirklich ein gutes Tablet. Schnell, schönes Display, guter Akku sowie auch Lautsprecher ist gut. Liegt angenehm in der Hand, finde ich. Einzig, ja, einzig der fehlende Fingerabdruckscanner, den vermisse ich irgendwie. Den hätte ich gerne im Power-Button. Darüber hätte ich mich auf jeden Fall gefreut. Kauft ihr euch das Pad 5 oder habt ihr es euch schon gekauft? Gebt gerne unten Feedback in den Kommentaren, da können wir ein bisschen drüber diskutieren oder auch schreiben. Ich würde mich freuen, aber jetzt bleibt mir nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und dass ihr dieses Video hier interessant fandet. Macht's gut!